UNTERTITELUNG Wir müssen von hier weg. Und zwar sofort. Wer gab dem Befehl? Nicht zu weit gehen, Genosse General. Sie ist der einzige Schlüssel zu dieser Technologie. Da war meine Tochter drin! Sie ist nicht mehr eine von euch. Die Kraft, die in ihr wächst, kann zur Bedrohung für alle werden. Du kannst zurückkehren. Sieh Musik wie dir werden. Deine Dwecken. Lass dich sterben. Was bedeutet dir mehr? Deine Welt oder meine Tochter? Komm runter! Geh zur Seite! Wir sind Menschen. Und wir sollten bis zum Schluss füreinander da sein. Tötet mich und alles hat ein Ende! Tötet mich und alles hat ein Ende! Tötet mich und alles hat es dir in einem neuen Teil. Drei. Wir brauchen die Böden.